Ich bin Stuttgarter, durch und durch. Hier bin ich geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Heute wohne ich mit meinem Mann in der Stuttgarter Innenstadt. Doch mein Blick geht schon immer weit über unseren Talkessel hinaus. Mich interessiert, was sie bewegt und wie wir das Leben für uns alle mit guten Lösungen besser machen können. Das gilt besonders für den Klimaschutz. Um unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, müssen wir unsere ehrgeizigen Klimaschutzziele erreichen. Dabei setze ich auf Forschung, Innovation statt Verbot. Als Beauftragter der Bundesregierung für den grünen Wasserstoff arbeite ich täglich dafür, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, von der Stahlherstellung bis zum klimaneutralen Fliegen. Das sichert auch Arbeitsplätze und Wohlstand. Wichtig sind mir Vielfalt und Respekt. Unsere Gesellschaft profitiert davon, wenn sie bunt ist. Jede und jeder soll mit seinem individuellen Lebensentwurf akzeptiert sein und glücklich werden. Wichtig ist mehr Zusammenhalt und soziale Teilhabe. Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, müssen stärker unterstützt werden. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen und ein zukunftsfähiges Rentenssystem. Wichtig ist mir eine Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen. Gerade hier brauchen wir ein sinnvolles Miteinander der Verkehrsmittel. Aus Stuttgart für Stuttgart. Den Bürgerinnen und Bürgern meiner Heimatstadt in Berlin zu dienen, ist mir jeden Tag Motivation und Ansporn. Das will ich auch in den nächsten Jahren mit ganzer Kraft tun. Und dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017